Du, du, ja, wie er immer da drauf zeigt, so nach dem Motto, ich töte dich. Wenn ich den jetzt rausnehme, wird's auf einmal ganz still. Okay. Schade, dass man seine Profession nicht mehr ändern kann. So, meine Wissenschaftler forschen weiter. Wir brauchen noch drei Punkte für den Heroismus. Oh, das sieht wie ein großer Raum aus. Also kannst du dir das hier mal sparen. Hier wäre übrigens wieder Obsidian. Toll, hier ist Mauerwerk, aber kein Drachenblut. Doch, da ist Drachenblut. Kann ich dich verstellen? Ja, kann ich. Das ist jetzt fast schon ein bisschen wies, was ich hier mache. Aber hey. So, wo ist mein letzter Krieger? Polz den mal weg. Und mittendrin grade ich dich noch ab. So. So, das gab gut eins auf die Ommel. Knochen geben Nahrung. Ja, hier wäre noch ziemlich mehr als genug Mauerstein gewesen. Und sogar Drachenblut. Na ja. Habe ich jetzt alle oder wo ist der letzte? Ach, der ist schon auf dem Heimweg. Gut, weil er Hunger hat. Okay, dann würde ich sagen... Graben wir mal hier rein. Die beiden lassen wir mal. Wir brauchen ja kein Mauerwerk mehr. Beliebtheit hat nur noch ein grünes Plus. Aber das ist relativ egal. Egal. Wobei wir da ein bisschen nachheffen können, indem wir jetzt endlich mal unser Schlafzimmer richtig dekorieren. Das sieht nämlich unmöglich aus, dadurch, dass es immer noch nicht dekoriert ist. Was ist nur, um mit euch lässig ins Fernsehen loslassen und sind Frieden. Wir werden uns schon bald sehen, Magier. Zerstört diesen Generator. Ja. Erstmal mache ich das Kampffeld etwas freier. Grabt in die Richtung. Äh, ich will eigentlich die Ork-Banner hier weg haben. Oh, und den Forschungspunkt, da hätte ich auch gern unbedingt. Und der Fischkart da auch ruhig weg. Und der Fischkart da auch ruhig weg. Ach. Komm, kriegen wir die alle tot? Ganz ehrlich, so schnell wie die fallen. Kriegen wir die alle tot? Und sie sind schon alle tot, oder? Ja. Gut. Äh. Machen wir mal als nächstes den Weg hierher frei. Oh. Ihre Badewanne haben wir vergessen. Gut, wo war ich hier gerade? Ach ja. Beim Dekorieren. Unserem Wohnzimmer. Das war wieder ein Generator. Und das war wieder richtig laut. Hey, listen. Das wird ja richtig einfach. Dieser kleine Magier ist kein Problem. Wir werden sämtliche Barrieren im Handumdrehen beseitigt haben. Ein Baum zu feiern, ist wie auf Holz zu klopfen. Ich. Was? Okay. Verwirrungstaktik. Und um uns noch mehr Zufriedenheit zu holen. Mauerbetten. Nein. Gut gebaute Betten. Die geben viel Zufriedenheit. Also gibt es jetzt hier gut gebaute Betten. Dann brauchen wir noch den Garten. Obsidianboden. Ja, nein. Laubboden. Haben wir irgendwas anderes? Schönes Marmorboden. Nö. Dann bleibt nur der Boden aus Gras und Klee. Ja. So. Habe ich überall drunter gebaut. Sieht danach aus. Oh, und ich wollte ja natürlich noch etwas machen. Fährt mir gerade so ein. Dafür muss ich aber dann die Tür nachher gleich aufmachen. Nämlich uns ein bisschen noch Schutz vor dem Magier holen. Dass der nicht einfach so in unser Domizil reinlatscht. Na, sieht mal einer. Noch einer von diesen Generatoren. Vielleicht sollten wir mit den Schärfen unserer Magier verstümmelnden Waffen beginnen. Hm. Fahrt ruhig fort, wenn ihr euch traut. Die Zerstörung dieses Generators würde euch nur Probleme einbringen. Okay. Einfach mal wieder alles verkaufen, was den Orks gehört. Und vor allen Dingen Heroismus erforschen. Und Leitern. So, von da aus dürften sie es auch nicht weit haben, meine Kämpfer. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Das Problem ist, die sterben schon bevor irgendeiner schießen kann, hä? Achso, mein Scharfschütze wird gerade von einem gejagt. Naja. Da ist nichts. Da muss hier der letzte Generator sein. Würde irgendwie den meisten Sinn ergeben. Oh. Du bist verkehrt rum. So. Und wieder ein Generator futsch. Und eine Barriere futsch. Und weg ist sie. Meine Zwerge... Meine Zwerge, nur noch einer ist übrig. Nach so viel ihr wollt. Die letzte wird niemals fallen. Sie wurde aus einem Anti-Zwergen-Material gebaut. Wenn ihr sie berührt wird, durch das Tor zu stehen sein. Oh, danke für die Warnung. Dann werden wir sie besser nur mit unseren Waffen berühren. Die Attention or Perish. Grrrr. Okay. Ja. So, das wollte ich erreichen. Ich hätte nämlich gern hier eine Stufentreppe nach unten. Genau. Und wieder zumachen. Und dann könnt ihr noch da durchkramen. Und dann müssten wir den letzten Generator gefunden haben. So, euch beide mal wieder nach Hause schicken. Endlich, wir haben den letzten gefunden. Lasst ihn uns schnell zerstören und dann dieses Plappermaul seinen eigenen Bart fressen. Können Sie mich hören? Ich warte euch, Zwerge. Wenn ihr diesen Generator berührt, werdet ihr es bereuen. Blablabla. Hier wird gar nicht bereut. Na doch, der Magier wird es bereuen. Eine primitive Schmiede. Weg. Kleine Goldtöpfe. Weg. Ein Forschungspunkt, den wir jetzt nicht mehr brauchen. So. Da, da haben wir aber früh gemerkt, dass da noch Drachenblut zum Ausgraben ist. Wie sieht unsere Armee denn so zur Zeit aus? Äh, puh, ganz in Ordnung eigentlich. Einer hat sogar schon Stufe 20 erreicht, der Scharfschütze nämlich. Krass. Diese fortschrittliche Donnerblut sind verursacht hohen Schaden bei mittlerer Reichweite. Yay. Diese Einheiten tragen ihren Namen aufgrund ihrer hohen Gesundheitspunkte und starken Verteidigung. Mhm. Die sind ja auch beinahe unsterblich. Die sind ja auch beinahe. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal.